Wo bist du? Was willst du? Wie alt bist du? Bist du hier? Was willst du? Was bist du? Wo bist du? Wie alt bist du? Was willst du? Bist du hier? Wo bist du? Was willst du? Ah, wie alt bist du? Ich hab Splendermann! Wo? Hallo? Hier, auf der Ecke! Wo denn? Auf der Ecke von dem Badezimmer! Was? Auf der anderen Seite! Und ich hab immer gedacht, der ist voll weit weg und hab voll angeschritten nach hinten geguckt. Oh, der steht ja voll nah hier vorne!